Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen Der Scans am Start Und das werden wir in der Runde Let's Play Halo Garden 5 Guardians 2.0 Warum 2.0 fragt ihr euch? Ganz einfach Weil Roxy eine miese kleine Dreckschlampe ist Und ihr wisst ja das Problem mit Roxy habe Und ich bin ja ein paar Wochen zusammen mit dem Drecksupport am Labern Aber es funktioniert einfach nicht mit dem Und ich kann es speichern Aber nur in M2TS Dann habe ich einmal angefangen Zum Probetest Okay, das funktioniert Drücke auf Aufnahme beenden Dann hängt sich das Roxy immer auf Es hängt sich immer auf dann Immer dann in dem Moment, wo ich dann beende Hängt es sich auf Das Video ist gespeichert, aber es hängt sich halt auf Und dann heißt, ich muss Roxy schließen Da war Roxy so bescheiden ist Dieses dumme Drecksding Muss ich Jedes Mal Wenn ich Ja Wenn ich Wenn ich Was ist das denn hier Wenn ich neu starte Auch neu Auf Schlag mich tot ändern Auf M2TS umändern Immer selber umändern dann Habe ich natürlich dann nicht gemacht Habe eineinhalb Stunden aufgenommen Habe dann beendet Und er hat das Video wie immer nicht gespeichert Danke Drecks Coral Verein Vor allem der Support ist das mal hilfreich Letztens angeschrieben Hab gesagt Ey Wenn ihr wollt Dass ich die Konkurrenz wechsle Zu Konkurrenz wechsle Sag das doch einfach sofort Alter Schwede Jedenfalls Haben wir eigentlich schon ein bisschen geschafft Und müssen also jetzt nochmal Interfalt nicht in den Nochmal spielen Also ich muss nochmal spielen Und Deswegen wundert euch nicht Wenn ich ja Ungefähr alles weiß Aber ich habe jetzt schon wieder Alles vergessen Was ich machen muss Aber es wird für mich jetzt halt Bis zu einem gewissen Punkt Nix Neues sein Soviel möchte ich euch dann doch schon verraten Und Ja Drei Zwo Eins Go Sehr schön Ich habe mich vergessen zu sagen Start und so ein Kack Ich habe jetzt Eine schon aufgenommen Für nix Ja Easy Geschichte Wir waren hier Wir müssen woanders hin Geil Wir haben schon eine verloren Na Soviel Wann kommst du mir nicht Hierbei Der Frag auch Dann muss Geschützer stellen Das ist da oben Zerstören Nachladen Weitergehen Ich hatte ein paar Schönes Ich hatte auch ein paar lustige Szenen Wo man ein bisschen was zu schmunzeln hatte Natürlich habe ich die jetzt nicht mehr Das heißt Es passiert natürlich jetzt auch Erstmal nichts mehr lustiges Worüber ich mich ein bisschen unterhalten könnte So So Die ist selber nicht mehr So So Erledigt 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 Ein Kugel weniger Für euch Natürlich Na los Zeig Die kleine Wiese Kanalratten Fratzen Drecks Huren Scheißkerl Deine Mutter Tut mir leid So So Das braucht jetzt Ewigkeiten Bis wir den mal zerstört haben Okay Okay Wir treffen uns ganz gut Ihr unterstützt ihn mal Ich Habe ein Gegner Nicht erballern muss Ich Will das nicht mehr machen Ich Habe kein Bock mehr Der hat Schwanzlose Hurenpisser Überlebt Nein Achso Halt es deine Mutter auf und mach irgendwas! Dann geh raus! Du bist mich auch nicht hilfreich! Du musst mich erst um diesen Chakal kümmern! Es ist mir egal, ob du zu kümmern hast, ich um irgendjemanden! Hey, hier ist mir! Schnauze, du dummes Aasvieh! Schnauze, du dummes Aasvieh! Ich seh auch kaum etwas, ey! Mann! Das Visieren, aber das Bildschirm immer auch so dreckig weit weg ist! Hey, labert hier! Das ist mein geschmolzen Scheiße. Ich hab gesagt, das ist mein geschmolzen Scheiße. Ich hab gesagt, das ist mein geschmolzen Scheiße. Was? Was? Wann? Das musste ich gerade nicht machen. Geh du auch rein Musste ich gerade eben nicht machen Lustigerweise Ich bin schon drin Schnauze Nein, nicht, nein So Übrigens Zum einen sieht das aus, als wenn er eine Rüstung auf hätte Also eine Händelrüstung Und zum anderen ist es aber nur so Jetzt pass mal auf Es ist eine fucking dumme Statue Eine scheiß Steinstatue Da Und was, passt auf, was ich jetzt mache Das muss es sein Ich hole jetzt nur mein fucking Turbinell raus Verdammt, wie faul bin ich denn Los Soldaten Ach doch, der Kraken ist noch da Sehe ich, Commander Die Bietern alle gespart Der Kretken zieht sich zurück Nicht nachlassen Sieht nicht wie ein Rückzug aus Helfen wir die Sache zu beheben Phaeton Sie sollten benutzen In die Luft Greifen wir sie an Gerne klar Aufstattel Gebiete nähern uns den Blutsväter Phaetons Ausgezeichnet Nehmen Sie die Allianz unter Beschuss Nachricht So, wo sind unsere Kollegen? Nur mal so eine Frage. Darum muss ich mich wieder um alles kümmern. Wo sind die ganzen Eliten? So, geht alle kaputt hier. Konzentriert den Beschuss auf Steck. Macht uns Platz, damit wir landen können. Schafft uns Platz. Ich schaffe mal Platz und ihr könnt dann mal irgendwie landen. Auch geil. Ja. Boa! Ja. southern. Ich bin ein Canadi. Kaputt, 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 Kaputt. Kaputt, 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 Kaputt.